Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Backofen, Waffeleisen habt ihr beides schon gesehen. Wir hoffen, ihr habt viele leckere Plätzchen backen können. Heute haben wir den Airfryer für euch dabei oder auch Heißluftfrutöse genannt. Dann würde ich sagen, los geht's! Die Rezepte, die wir hier backen, findet ihr alle unten nochmal in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachbacken! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020